Meine alte Heimat, Makelfingen, ist hier hinter, nahe der Wurzlingeplatz, Makelfingen da hinten, die Alpen und das da drüben, die Alpen, die Alpen, neben die Reichen, wo das Licht klingt, sind jetzt so schlimm am Steg. Das schöne Wasser, Wind, Sturm, kleine Surfer, wenig Wasser im See. Man kann ganz weit gehen. Da vorne, Radolfzell, Kmitnau, Halbinsel, sieht man ja bis da vorne, seht ihr es? Geht bis da vorne, dahinter ist der Schweizer Ufer und da, wo das Licht blinkt, steht Reichenau. Da geht es dann, da drüben ist dann das Ende von der Reichenau, dann kommen die Alpen mit dem Schweizer Ufer. Und hier vorne, das da, ist dann die Wettenhau. Und dann zieht sich ja hin bis, er schaut euch das Wasser an, das Schild, das Schild, und dann diesen schönen Schild. Bis da, Radolfzell, der Kirchturm, auch der Campingplatz und die Bootswerft Martin, da lag früher meine U-Jolle. Das Faulei, dahinter der Hohentwiel, Schild, 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 Schild. Dann gibt es den Platz, noch einmal rundherum. Jetzt haben wir es in Reit nochmal. Da bin ich in Reichenau, wo es blinkt. Dann geht es rein in den Seerein, da wo praktisch der Gutersee, in den Seerein, wo die Schweiz rüber geht. Und dann hinter der Wettenhau geht der Rhein, da praktisch rein in den Rhein, in den Seerein, in den Rhein-Rhein. Und das hier ist die, das ist die, der Makelfinger Winkel. Der kleine Teil vom Bodensee, mein Ufi steht im Wind. Ich finde das gut für mich. Kein Mensch da, also, nichts. Hier bin ich früher gesegelt. Aber hat er da gefunden, Banane. Ich finde das nicht Bananen. Frist nur. Der hat Hunger, der muss heim. Ja, Schwäne sind da. Tolle Wolken. Es soll ja nochmal Schnee geben. Da die Bootswerft Martin, wo mein Boot war. Mit dem Kirchturm von Radowzell. Und meine Mettnau. Da so in der Höhe ist ungefähr die Mettnau-Schule, wo ich war, auf der anderen Seite. Da bin ich drüber gesegelt. Rüber zu segeln in die Schule. Einmal um die Runde da vorne rum. Ja, das ist schön. Jetzt fahre ich gleich nach Hause. Da hinten in die Schweiz. Ist das nicht schön? Meine Anne bat. Danke, dass ihr hier wart. Und dass ich hier meine Jungen verbringen durfte. Okay. Tschüss Radowzell. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Vielen Dank.